ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu dune 2000 und genau beim letzten mal haben wir ja erfolgreich hier die 15.000 spice abgeerntet das war eine ziemlich einfache mission muss ich sagen und ja jetzt sind wir schon in mission 6 angekommen und da würde ich sagen geht es einfach direkt mal gegen die atreides hier wieder sehr interessant und ich würde sagen ja ich ging einfach mal in die ecke also zack ihr seid von immer größerem spice wert für uns ihr werdet entsprechend entlohnt wenn er hackes in unseren händen ist wir haben die zahlung an die x-jahre getätigt zu beginnen damit uns große mengen anzuliefern um unsere wache entgegenzunehmen haben wir einen raumhafen in der bestattungsebene errichtet die betreffenden die einsatzfähigkeit von dem raumhafen muss gewährleistet sein gott segne das haus x die produzieren diese dinge schneller als ich sie verbieten kann aber nicht schneller als ihr sie kaufen könnt mein lord aha freunde was geht denn da wieder ab da im hintergrund ja ja da ist der imperator wieder zugange mit der lady ellera ok krass also die weißt du anscheinend über alles bescheid jo mission 6 der raumhafen muss beschützen aber ein moment ich muss mal ganz kurz niesen ne war falscher alarm freunde und ja wir sollen den raumhafen verteidigen und die feinde vernichten jetzt musste ich doch niesen es tut mir leid so aber ich habe es noch rechtzeitig glaube ich das mikrofon ausbekommen so wir sollen raumhafen verteidigen und unsere feinde vernichten alles klar würde ich mal sagen was kriegen wir denn hier die dicken rohre jawohl sehr schön die kriegen die kennen wir ja schon also die artillerie und raumhafen ja sehr geil raumhafen hintergleichen der kaufmannsgilde korn zu betreiben ja das heißt wir können was bestellen so allerdings freunde würde ich sagen habe ich mal wieder keinen sound also würde ich mal sagen sehen wir uns hier gleich wieder also bis gleich so leute da bin ich wieder und was mir mal direkt mal oben aufgefallen ist oben rechts ein zeitcounter um himmels willen freunde aber wir können mbf bestellen super ach zeitcounter das erinnert mich jetzt irgendwie an die mission kommande conker die scheiß mission da mit den alliierten da wo wir auch unten die chronosphäre beschützen mussten und hier ist der raumhafen ach du scheiße das ist ja gar nicht da kann ich ja gar nichts bauen ne ist das mies da kann ich gar keine türbe oder sowas hinbauen verdammt scheiße ja gut egal brauchen wir erstmal hier den sammler jedenfalls ich habe auch nichts zum scouten ich warte einfach ab bis die einheiten hier verfügbar werden aber wozu brauche ich einen bauhof wozu braucht man nicht ich nehme einfach hier oben den platz oder moment hier habe ich doch einen einen raider so dann fahren wir da hoch und guck mal was dann noch wenn ob wir noch irgendeinen platz hier haben ja wie gesagt also ja das ist montag abend ich habe einfach bock jetzt mal auf das spiel auch in der woche mal aufzunehmen und obwohl ich morgen wieder arbeiten muss und wir schon zehn uhr abends haben nehme ich hier einfach weiter auf das sollte doch passen ich muss sagen fährst du mal wieder da runter einfach mal bisschen scouten fahr doch hoch alles klar kann ich jetzt was brauchen nein immer noch nicht so wenig energie was nach verdammt volle das ist doof egal kriegen wir hin so ja wie gesagt eine halbe stunde lang den raumhafen beschützen mit also ohne irgendwas hier bestellen zu können das ist jetzt gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber das sollten wir doch schlafen also scheint dass diese mission nur eine halbe stunde geht die sekunden ja das ist echtzeit ich glaube die sekunden sind echtzeit hier das sind echte sekunden und nicht so wie bei commande conker bei commande conker waren es ja viel schnellere sekunden so da ist ein durchgang so allerdings dieser kleine ruckler eben hat mir wieder angst gemacht deshalb ja speichern einfach mal so ok ok dann gehen wir weiter hier runter so dann würde ich schon mal sagen als nächstes kommt die kleine waffenfabrik und dann die große von dann die große so ich die klein einfach mal dahin weil ich habe hier oben wieder nur begrenzt platz das ist scheiße immer wieder ich verstehe nicht warum die hier immer so geizig sind mit dem platz was soll das ist warum ist das so sehr gut ist der zukünft ist eine zusätzliche schwierigkeitskomponente gegnerische verstärkung na super ich krieg hier nichts oder was ich krieg hier echt gar nichts das ist und ich habe hier keinen platz das ist genauso scheiße raumhafen ja sehr gut kann ich schon mal sehr gut gebrauchen und auch einheiten also wenn er jetzt hier mit 20 panzern ankommen würde das wäre schon mega unfair oder ich bräuchte eigentlich noch eine zweite raffinerie wie soll ich denn das machen hier mit so wenig platz da unten wie soll ich das denn machen wie soll ich das ja verteidigen ich habe nur vier einheiten aber ich glaube das so ich glaube der panzer der rader hier der kann ich mal ein bisschen wegziehen ja ich glaube dass dann würde ich sagen baue ich die große panzerfabrik mal hierhin fahr mal weiter block die mal weiter weg ja was soll ich sonst machen schon wieder gegnerische verstärkungen alter einheit bereit das ding mal ab so dann ach du scheiße hakkonen auch noch alter schwede was geht denn jetzt ab freunde da sind noch hakkonen dabei ja 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 okay aber ich habe hier ein paar panzer bekommen das sollte ich noch hinkriegen das sollte ich noch verteidigen können ja das sieht gut aus so dann noch den panzer da und dann äh mach den mal kalt sehr schön so perfekt alles klar so dann als nächstes die schwere panzerfabrik nein ich brauche eine energie ich brauche wenig geld noch vier minuten ja ich muss verteidigen also direkt mal speichern dass wir den ersten haben wir schon mal abgewehrt haben ich habe hier keinen platz das ist so scheiße Freunde aber moment ich habe eine andere idee noch drei minuten ich kann doch einfach hier äh die mauern verkaufen die braucht doch eh kein mensch ja die braucht doch eh keine sau gegnerische verstärkung jetzt geht es aber ab ey so bau mal was soll ich denn jetzt bauen hier hin ah schneller verdammt äh was mache ich denn jetzt ah raffinerie komm raffinerie ähm wo sind sie da kommen sie wir sind bereit wir sind bereit so mach die mal kaputt da so das sind nur maniken das ist sehr gut so da kommen nächste einheiten sehr schön wir sind bereit 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 der sammelt noch rechtzeitig fertig würde ich mal sagen wir sind bereit oder warte mal fahr einfach drauf komm wir sind bereit wir sind bereit der Wurm kann der hier durch ich glaube nicht der muss erstmal hier außen rum puh okay äh ich kann aber weitere Mauern verkaufen die braucht doch keiner hier so die Mauern hier auch weg damit bist du die Produktion am Laufen halten so ah der kommt doch hier rein okay krass dann ja geht mal hier hin am besten ach man das reicht jetzt nur für ne die Kohle reicht jetzt nur für ne raffinerie noch nicht mal oder was doch knapp haha und wieder Energie äh wird gebaut das ist nur ein Wurm okay hau ab wieder Wurm zu wenig Geld zu wenig Geld ja ja ich weiß so ähm wie machen wir jetzt weiter also ich muss definitiv das verteidigen jetzt irgendwie ich hab keine kein Geld Freunde ich hab alles hier schon verkauft ja jetzt einfach warte bis die Kohle reinkommt hier hab ich noch viel paar Einheiten hier oben hab ich noch ein paar Einheiten da kommt ein Raketenpanzer ernsthaft das kann ja wohl nicht wahr sein ich glaub den kriegt ihr aber den Raketenpanzer da kommt der echt mit dem Raketenpanzer an ich fass es nicht aber den kriegt ihr sehr schön so das war's gut der Trike das kann gerne hier in die Türme kommen das ist kein Problem das macht ja nicht viel Schaden so ich krieg ein bisschen Kohle das ist schon mal ganz gut ach allerdings ja unser Stützpunkt verbaue ich mir jetzt hier mit der Energie den Weg mit dem ach du Scheiße den Weg mit dem Sammler aber ja keine Ahnung so mach den mal kaputt die machen nämlich auch schön viel Schaden da dran ah weg 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 ich muss hier jede Einheit schützen meine Güte so brauchen wir einen Quad so ich hab jetzt gerade mal mehr als 1000 Kohle ja ja ach ja jo klar mach ruhig die Raffinerie platt tss was für ein dreistes Arschloch ey ehrlich so verdammt äh du triffst nicht ha nein ok schön in den Turm reinziehen so schwere Waffenfabrik so zack oh god oh god da kommen die ach du kacke da kommen schon die nächsten ey dann Raketeneinheiten ihr macht viel Schaden gegen die ja ihr macht schön viel Schaden einheit verloren hat er selber platt gemacht ey scheiße Stützpunkt ah hier der ok ja alles klar so 19 Minuten noch äh das würde ich mal sagen speicher ich mal so ich hab jetzt jemanden Quart das zieh ich nochmal mit nach unten weil die brauchen hier anscheinend mehr Unterstützung ok würde ich mal sagen sieh den mal hier unten so ja das Maniken das kann wahrscheinlich höchstens einmal schießen genau das war's dann da kommt noch ein dickes Rohr aber das macht nicht so viel aus denke nicht ah doch die machen viel Schaden bei Raketenpanzern ok ne dann huiuiui das ist eine Mission und ich sag's euch da kommt noch ein Trike ey nicht deren Ernst so schon wieder Energie weg ernsthaft warum zu viel Energie ja toll du bist gut ey hui ok das war mal ne Einheit so Raumhafen krieg ich hier ah sehr schön ein Raketenpanzer her damit schön billig 681 normalerweise kosten die 800 oder 900 so weitere Energie so 18 Minuten noch Freunde ich glaub da kommt gleich noch mal ein richtig heftiger Angriff soll ich das upgraden ne erstmal nicht ich brauch erstmal die Energie was kommt da wieder ach du scheiße noch drei Minuten gut quad komm mal hoch ich brauch dich hier oben umfahr mal bitte die Düne da damit du schneller nach oben kommst so dann mach die mal alle kaputt ja natürlich natürlich will der jetzt hier meine Raffinerie platt machen ist klar so dann mach die mal kaputt da so mach den sch mach das Arschloch da mal kaputt so ja ist ja gut die Manneken die so was ach du scheiße hier ist noch ein toll das war meine zweite Belagerungseinheit na super ok aber alles gut bis jetzt alles gut Freunde so würde ich mal sagen äh ja ähm hm passt das ja das passt für zwei Einheiten sehr gut so dann schießt helft ihr mal damit sehr schön diese scheiß Manneken da eh so ein Flugzeug reicht erstmal ich glaube ich brauche nicht mehr ähm ja wofür ich jetzt die Waffenfabrik gebaut habe weiß ich auch nicht gegnerische Verstärkung mhm ohne Geld ah das ist jetzt wobei da kommen zwei Einheiten gleich wieder hier unten ist safe erstmal hier unten ist safe so ich muss nur hier oben gucken aber das ist eigentlich auch safe stehen zwei Türme einer ist vor halb kaputt aber ja was soll's noch zwei Minuten das dauert jetzt zu lange ich muss das so verteidigen ach du scheiße Flugzeug kommen wir schnell den Sammler ab ja wir sind bereit ja das geht schon das geht schon eine Minute eine Minute da kommen die nächsten Einheiten perfekt Freunde so da unten kommen die nächsten boah viele Manneken weißt du was nimm mal den Panzer und fahr da einfach mal drüber jetzt über diese scheiß Manneken da einfach drüber fahren das schaffst du das ist so scheiße mit dem Manneken hier aber das geht so dann mach jetzt mal den hier kaputt so ich hab die Hälfte der Zeit hinter mir ach du kacke jetzt kommt er aber mit Einheiten an so mach die nächsten kaputt jetzt kommt er aber mit was an hier ja egal das passt die krieg ich kaputt die krieg ich kaputt sehr schön puh okay dann fahrt mal hier hin lass die Türme mal den Panzer dann platt machen so bauen wir noch einen Kampfpanzer ja ist ja gut dann fahrt Ruf dran so ähm na egal ach du Scheiße jetzt kommt er aber mit was an hier so das ist schon nicht ohne wo geht der da an kommt aber das passt noch dann schieß mal da drauf da so der Sammler hier äh flieg mal fahr mal zurück den Sammler verlieren muss ich jetzt nicht unbedingt äh ja sehr gut so dann nehme ich das mini Kampfpanzer und schieß mal da drauf da weg damit so schnell geht das zwei dicke Rohre die machen so gut nicht so viel Schaden gegen Sammler sehr gut sehr schön so worauf schießen die schießen die hier drauf ja sehr schön kann man schön ausweichen so so die machen richtig viel Schaden gegen die Panzer seht ihr das so das haben wir wieder abgewehrt so alles klar dann kann ich ja jetzt mal wieder äh brauche ich das nee erst mal nicht was brauche ich denn noch ich brauche eigentlich nichts mehr Raumhafen ah nee ich kann hier gar nicht mehr auswählen ich kann hier gar nicht mehr auswählen Freunde hm ich muss trotzdem scrollen ich dachte hier unten wäre noch ein Feld äh wenn das so ist Freunde werde ich beim nächsten Mal die Auflösung wieder umstellen weil ähm ich dachte hier können wir ein bisschen mehr aber wenn das sinnlos ist dann dann mache ich das Spiel noch ein bisschen hochauflösen da wieder also niedrigere Auflösung aber dafür schärfere Qualität naja ihr wisst ja was ich meine so okay noch 13 Minuten so was soll ich denn jetzt machen ich glaube so mach das mal so alles klar dann brauche ich noch ein Raider wo ist der Wurm da der oh du Scheiße der kommt oh Gott ja dann fahr nach Hause komm fahr einfach manuell nach Hause ich hab Schicksal wieder gewonnen ah der krox unten rum ja der will äh den Sammler fressen aber das lasse ich nicht zu ja das passt sehr gut okay der Wurm ist nicht schnell genug wo denn jetzt schon wieder ach du Kacke okay Paketenpasser mach den mal kaputt ja sehr schön das passt doch und zack direkt weg damit noch 2 Minuten so hab ich jetzt hier noch ein Raider bestätigt Ende und wenn ich jetzt eigentlich nur noch äh Einheiten bauen ne Moment ähm wie heißt die Einsatzbeschreibung hier eine Sekunde Auftrag beteiligt den Raumhafen und vernichtet unsere Feinde das heißt ich muss ähm noch eine Minute ja hier alles platt machen hab ich das Gefühl vernichtet unsere Feinde das heißt da bauen wir noch einen Kampfpanzer wir sind bereit ja fahr doch einfach da hin mein Gott so zack hängt damit vernichtet unsere Feinde heißt das das äh dass der nachher alles platt machen muss oder was das wär scheiße Freunde boah ich hab mich jetzt überhaupt nicht auf sowas vorbereitet komm mach die schneller kaputt boah was halten die aus ey verdammt Einheit bereit sehr gut noch ein Kampfpanzer bitte er hat gewarnt äh oder ne lass er erstmal komm Wurm tu mir mal einen Gefallen und fress mal die Einheit ne leider nicht die fressen nix die wollen unbedingt als allererstes als allererste Prio den Raumhafen ha dankeschön dankeschön genau sowas wollte ich mal sehen alles klar so lässt sich's leben soll ich mal sagen so da haben wir jetzt noch zwei Einheiten dann brauchen wir mal ein Quad wir sind bereit ja den Platz für eine zweite Waffenfabrik hab ich hier leider nicht äh ihr seht ja ne das ist oh oh ja speichern gute Idee hätte ich fast wieder vergessen spiel gespeichert ihr seht ja das ist mit dem Platz hier immer so ne Sache so Raumhafen ja mach mal noch ein dickes Rohr so gut dann mach den mal kaputt da los so zack 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 und weg das war's schon so schnell geht das alles klar so machen wir mal noch ein Quad noch vier Minuten also wenn man wirklich nur verteidigen muss das wäre ja dann zu easy wieder ey sechste Mission der Orders und dann wieder so ne easy Mission das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen was ist da oh wüstentruppen verdammt nochmal ah okay alles klar ach ist das entspannt heute das hätte ich mir schlimmer vorgestellt mit den Angriffen da kann man sich hier in Ruhe aufbauen noch zwei Minuten und so Kampfpanzer noch warum sehr wohl zu wenig Geld ja ich weiß ich hab wieder mal kein Geld das ist Stützpunkt das war der Trike da oh da kommen zwei dicke Rohre alles klar dann nehme ich mal die drei Quats hier und äh mach die mal kaputt los die sind so schön schnell deswegen und haben Raketen das heißt dann Drufter und die nehmen nicht so viel Schaden von den Dingern da so die Sound ist einfach mega geil so ist der da gut dann würde ich mal sagen erkundige ich jetzt hier erkunde ich jetzt mal hier noch ein bisschen da ist der nächste Kampfpanzer brauchen wir noch ein Quad so wenn wir wirklich jetzt noch den Gegner killen müssen dann möchte ich gerne alles aufgedeckt haben so so soll ich noch einen Sammler bauen oh Basis okay und mit Raketentüten natürlich natürlich weißt du was brauchen wir noch einen Sammler ich brauche unbedingt noch einen Sammler mehr Kohle kriegen ja gut hier unten ist ein Hakon Basis dann wissen wir das jetzt auch zu wenig Geld zu wenig Geld ja ich weiß Typ Junge fahr doch da oben hin die arbeiten immer so so weit weg von der Heimat das ist ja so sammeln doch da gut alles klar dann kriege ich den Radar jetzt noch fertig gleich mal zum erkunden und ja wie geht es euch Freunde was macht ihr so ja wahrscheinlich auch arbeiten oder zur Schule gehen je nachdem wie alt ihr seid und ja wie gesagt ich nehme die Folge jetzt eine Woche nach der Folge 24 glaube ich auf ja kann das sein ja das kann sein und ich kann auch nicht auf die Kommentare reagieren deshalb zieht es mir nach so gut dann fahr du mal bitte hier hin irgendwo muss da nämlich auch eine Atreides Basis sein holy shit was kommt denn da alles an einheit bereit ach du scheiße ey das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein so dann mach die mal weg da ja natürlich schießt er immer auf die schwächste Einheit ne ja danke so dafür bist du auch weg so egal das kriegen wir das kriegen wir hin und zack was nein jetzt so genau ach du kacke was kommt denn hier jetzt wieder an sehr wohl ah die Zeit ist gleich vorbei sechs Minuten noch so weil ich bereite mich schon mal vor einfach mal profilaktisch äh weil falls ich dann doch die Gegner hier platt machen muss ne was macht der schon wieder so der kann aber mal die scheiß Wüstengruppen da wieder überfahren so fahr da drauf zack wo wird der Stützpunkt wieder angegriffen hier unten schon wieder die Penner naja ich weiß schon wenn er jetzt auf die Raffinerie schießt ne und ne sehr gut alles klar gut dann versteckt euch mal in der hinter dem Schutz der Türme gut sehr gut da macht die kaputt los da macht die kaputt zack sehr schön macht der nächste Kampanzer platt so Quark platt platt sehr gut nur easy aber wisst ihr was ich hole mir mal noch zwei Flugzeuge dazu nochmal drei Sammler drei Flugzeuge das passt doch weil falls ich wirklich hier jetzt noch alle Gegner platt machen muss dann bin ich vorbereitet so ich bin mal gespannt was in vier Minuten und 47 Sekunden passiert noch vier Minuten Einheit bereit ob die Mission dann wirklich vorbei ist oder ob ich wirklich alle killen muss jetzt noch sehr gut es ist sehr interessant zu erfahren aber ich würde mal sagen freunde speichern wir das mal bis jetzt war die Mission dann nicht schwer nur ein paar Einheiten gekillt aber wenn das das war dann war es nicht schwer so Kampfpanzer so dann würde ich mal sagen wir gucken wir mal ein bisschen weiter her gleich kommen meine Flugzeuge sehr schön wie gesagt freut mich dass ihr wieder dabei seid wie immer bei Dune 2000 bei diesem alten ah weg hier bei diesem alten Klassiker würde ich gerade sagen ja 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 so dann lockt ihn mal weg so da sind meine Flugzeuge angekommen habe ich gehört ja genau da ist ein Wurm oh Gott ah ne ok ne dann ich dachte der wäre so nein bist du verrückt schieß doch nicht den Sammler an ey jetzt kommt er mit allem was er hat verdammt ernsthaft auf den Bauhof durch ja toll das hat es dir jetzt auch gebracht ne scheiße Freunde der hat den Sammler angegriffen das kann doch nicht wahr sein jetzt hat der Wurm echt und der setzt sie wieder genau vor den Wurm ey ich könnte so kotzen aha der Wurm ja wieder ein Sammler geklaut ey und der Quad ist auch weg ach verdammt sonst weiß er der Trike ja weil er sich hiermit angelegt hat das ist unschön ach du Kacke jetzt kommt es aber jetzt kommt es aber knüppeldick hier nochmal speichern kurz so verdammt so dann kommt hier immer alle hier aber warte mal da ist ein Wurm da ist ein Wurm Freunde aber der Wurm der hat keinen Bock alles klar dann der hat keinen Bock auf eine Mahlzeit hier ja kann ich verstehen Stahl schmeckt nicht so toll glaube ich nicht dass das so geil ist so dann das war's da unten wieder Paracon oh das könnte das könnte sogar knapp werden so das könnte jetzt sogar knapp werden Freunde so schieß du mal da auf die Manikin so ja das könnte knapp werden das ritt richtig knapp das reicht noch so gerade so dann kommen wir an radierten Panzer so das hat er geschafft ein Kampfpanzer reich gegen die beiden Rohre wird angegriffen wo denn jetzt schon wieder ach das scheiß Maniken da okay ah fahr da drauf so dann schau ich mal was der hier unten macht unser Stützpunkt wird angegriffen ja der kriegt das hin der kriegt das hin oder scheiße oh dreimal Verstärkung krass der kriegt dreimal Verstärkung schon unterwegs oh man fahr schneller oh Gott alles nach unten alles nach unten der kriegt da alles anfäll oh das wird knapp krieg gleich den Raketenpanzer jetzt versucht das die letzte Welle Freunde die letzte Welle so dann macht ihr kaputt so sehr gut den Trikes kaputt machen so alles alles nach hier unten jetzt alles nach hier unten jetzt so macht das kaputt macht das kaputt ach du Scheiße äh noch ein Kampfpanzer nach unten zum Beispiel fahr die Männiken platt puh um Himmels Willen um Himmels Willen Leute ach du Kacke oh aber es sind nur noch 10 Sekunden reicht das ja ich glaube schon so oder und und oh hab ich's jetzt oder was was ist los hab ich's geschafft Scheiße sieht nicht so aus oder hallo nein verdammt ich muss das ich muss das laden Freunde oh verdammt okay aber ich hab wieder keinen Sound also ich muss wieder einen Schnitt machen jo ähm gut dann würde ich mal sagen bis gleich tsch 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 tsch